so auf ein neues gerade wetter hell hier ist wenn sie bereits gespielen spiele spieler fans mann und mit menschen gewollt bleiben die jürgen bollum alter als noch kein viel lange man schon hier ist jetzt mal gedauert haben das ist nicht wahr eine kugel du musst die treppe hoch und dann als tot kann man viel erzählen ja jetzt wünsche ich mir nicht helfen ich sage ja nicht woher ein eis ich bin alles gut die anderen wissen nur die wo ich bin auch der Fakt nein wenn er noch war und wenn da und wenn da ich bin mir vorbeiziehen und so wohl schon im Casino Niedel Prozent er hat mich sehr schade haben wirklich das ganz gespürt Indio ja immer da mein Herz ich schicken weiter nein wie assi ist das bisschen scheiß der arzt der arzt der arzt der arzt ich weiß nicht wo der ist ich habe ihn nicht gesehen auf der karte wurde mir schon gezeigt ja ich bin dumm alles gut weiter ja das macht aber du ich habe mich noch mal erschlagen ich habe schon wieder zuerst geschlagen naja egal das wasser daneben geschlagen aber ich habe eigentlich zuerst geschlagen ja das habe ich auch gesehen aber trotzdem einen schritt soweit wir von mir ja die animation kommt aber eigentlich nur wenn du in der reichweite bis zum schlag deswegen ist das eigentlich was und das nicht getroffen ich wundere mich heute alles gut passiert denn das ich kann mir jetzt mal ich habe es war ein buch und Komm, du willst es doch auch. Komm, du willst es doch auch. Jetzt will ich auch mal eine Runde gewinnen, ich will auch mal wieder reingucken, wie du es mit Aber das wird wohl nicht so einfach der Fall sein. Wie lange machen wir noch? Bist du jetzt schon müde? Bist du dir in die Hosen machst? Nee, nicht müde, aber... Ach, scheiße. Wir haben jetzt kurz noch drei. Auf der ganzen Seite waren wir noch vier Stunden dran. So. Jawohl, weiter weg. Nein! Und da steht der Sven auch noch. Wir räumen uns alle gegenseitig auf den Weg und Sven steht da hinten im Schild und holt sich die letzten Kill. Das habe ich aber schon so geahnt, weil du hast mich erschossen, ich wusste, das Dings vor mir ist, Enrico hinter dir kam noch einmal hergelaufen. Oh Mann, das stimmt! Und das war jetzt ein klassischer Abstauber. Der Sieg war klassischer Abstauber. Ist ein schlimm. Stauber ist Stauber. Staubsauger. Wenigstens etwas, was du kannst. Naja, passiert alles gut, war eine rote Runde. Ja, das ist schon. Oh, doch auch schön. Ich sehe nur, wie ihr euch gegenseitig abschlachtet habt. Ich habe gedacht, jetzt schießt er einfach mal auf den Kopf. Den Enrico, ich hatte eh schon den ersten abbekommen, fand ich auf dem Markt, das hat ich glaube ich einen abgekriegt. Das war wirklich glücklich, dass ich den noch mitbekommen habe. Nee, unten hatte von mir. Oder sowas, ja, keine Ahnung. Weil ich bin, ich bin ehrlich, ich habe Marius gesehen. Dann bin ich runtergesprungen, weil ich dachte, okay, du kannst dich nur so retten. Dann habe ich dich gesagt. Und wenn du eh kämpfst, kämpfst du einfach. Ja, das war versteckt. Ja, aber genau, du sagst, du gewinnst die Runde nicht und räumst dann ab. Das ist aber halt so. Nein! Offenmensch, ich konnte es vorsichtig auswählen. Läuft die Fuß, mein Gott. Ja, toll. Guck mal, Marius wieder mit seinem Scheiß-Dings hier. Ja, der hat nicht immer so viel rumalbern, müsste man ein bisschen erst mal konzentrieren auf die Einstellung. Tschüssi, Jungs. Ja, wo wollt ihr denn alle? Ich mach's, PSG. 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 Und da wäre, mit voller die Casino-Strecke, alt, wieder oben auf dem Linkum gerade, sind. Wunderschönen. Diese Teststrecke. So! Alter! Sein geschlagen, alter! ich hatte schon wirtschaften was soll ich auch sagen diese flüge ja das könnte er werde mir vorbei wollen die bande rein in der kleine kleine ecke die da ist aber gut ich habe latin beider mit gedauert immer erwarten jetzt läuft es gerade überhaupt nicht mir fehlt noch bis vor mir sollte das jetzt machen ich bin der vater beinahe hatte vor mir gewesen ich bin vom gas gegangen ich hätte ich hätte ich sonst gehabt ich bin wirklich noch vom gas gegangen wurde genau wie ich bei dem renner aufstehen geblieben im ziel alles gut das ist gewonnen das arme rennen was hat sie denn getan das ist ja was rennen das haben wir so gut das ist einmal so gut dass nach vorne ich bin nur noch der rückte ich nicht mehr in den wagen und eine und man ja man 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 man